Hallo, ich begrüße euch und zwar machen wir heute wieder ein Video und zwar geht es um diese Gratis-Items, die vier Stück, die wir kriegen und ich werde euch zeigen, wie man das ganze freischalten kann und zwar verlinke ich unten in der Videobeschreibung den Link dazu, wie es euch oben unten ist, ihr müsst einfach da hergehen und euch erloggen über euren PC, wird es ja schon kennst mittlerweile, dann werden wir da nochmal gefragt, so Freunde, dann haben wir uns da, willkommen Captain Mizi, spiele Fortnite, verdiene Abzeichen und erhalte Belohnungen, los geht's, dann haben wir schon das erste Abzeichen, weil wir uns ja jetzt eingeloggt haben, haben wir schon das erste verdient, die Belohnungen hast du in Belohnung erhalten, Spraymotiv haben wir jetzt erhalten, sehr gut, dann geht es ja weiter, dieses Spraymotiv haben wir jetzt schon, dann die Pickaxe und die Lackierung, die einen oder anderen kennen das ja schon, das haben wir jetzt gratis gekriegt, dieses Spraymotiv, dann gibt es diese Lackierung, die ist derzeit im Shop drin, kostet 500 V-Bucks, sollte es wahrscheinlich eurer noch haben, gehe ich davon aus, dass eben ihr das rückerstattet kriegt und da ist diese Pickaxe und was ihr damit machen müsst, ihr kriegt es Abzeichen, also da kommt jetzt das zweite, dritte, vierte und fünfte, dann wird es das wahrscheinlich kriegen, zehnmal müsst ihr es machen und zwar müsst ihr bei Sulu unter den Top 10 sein und dann wird es ja wahrscheinlich das Abzeichen kriegen, das müsst ihr quasi zehnmal machen, das ist eigentlich jetzt nicht schwer, geht es dann unten weiter, da gibt es eben dieses vierte Item und zwar heißt es da unten, man muss eine Kreativmap aussuchen, nehmt es halt irgendeine, ich nehme jetzt einfach mal Hockey Gladiator, wenn du jetzt anklicken, dann steht unten absenden, die nehmen wir dann her und dann steht schon unten Stimme für eine Liebeskarte ab, um ein Emoji Liebe und Schmerz zu erhalten, das haben wir jetzt da gekriegt und dann müsst ihr nur diese Map eben spulen, da steht dieser Code drin, den gibt es einfach bei Creative A und dann müsst ihr das passen und dann war es das eigentlich, das Ganze schon, ist eigentlich ziemlich einfach, man kriegt eben das Herz, diese Spray haben wir ja gerade schon erhalten, dann diese Lackierung, müssen wir fünfmal in Solo unter den Top 10 sein und machen wir weiter, dann kriegen wir diese Super Pickaxe und wie gesagt, das war eigentlich das Ganze, ist nicht schwierig, ne, das ganze Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonnierst meinen Kanal, aktiviert die Glocke, checkt es noch die anderen Reviews aus, Eiche kippt Mizi, ciao, danke, servus, pfitt euch.